Musik Du Scheissgehelden! So, mein Klaus, machen wir jetzt! Ja, Huren Bock da, oder? Wir sind gerade bei der Autorama vorbei gekommen. Da gehen wir jetzt ein neues Auto holen. Das finde ich eine super Idee. Hey komm, komm jetzt endlich da! Ich will endlich ein Auto haben! Ja! Ho, ho, ho! Ich brauche ein neues Auto. Hast du eins? Genau das Richtige für dich. Gut, super! Hat er auch eine Sitzsitzung? Ja, sicher hat er das. Bitteschön! Mach mal Vorrat! at es ist ein neues Auto Dir item! und sehr gemas Stand. Evet going jetzt. Ein